Okay, konzentrieren wir uns jetzt noch auf den Aura, bis zu einer neuen Kamerasa gesetzt. Heißaus, noch nicht auf dein Umgebung für die Shows, noch ohne Anschlage, aber 140 PS hier fahren zu sehen, gegen das AdWords, wobei der ja in Garten gilt, bei Krauts nicht. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und die Schuze hierfür. Unglaublich. Wenn man die Erfahnen gesehen hat und heute. Das ist ein großer Lauter. Ein bisschen Angst da draußen. Auf der Schwanz, wenn die Erfahnen und die Erfahnen sind da. Und er hat das hier. Ja genau, das sage ich euch. Ja, die, die fahren, geht natürlich auch. Da muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich keinen Anschlag finden habe. Da weiß man nicht so genau, was Schluss ist. Aber was dann? Ja, die hier. Ja, die hier. Mit der großen Maschine, ich hab' den Degel drauf. Ander Wochen hat er geschwinkt. Ja. 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 Ja, ich hab' den Degel auf die Seite. Ich hab' den Degel auf die Seite. Ich hab' den Degel drauf. Das ist ein Degel drauf. Ja. Da wollen wir mal sehen. Alko, mach'n du doch mit? Ja. Gehen wir doch? Gut, jetzt sind alle, was sehen wir gleich noch mal hin. Ich werde den Degel drauf gehen. Ich werde den Degel drauf gehen. Und noch mal ... Nah der Anfang der Maske geht's noch mal und hier ist auch hier R adjacent der anderen Koppel-Szübe, fach ich mal!